Hey Ciao zusammen, herzlich willkommen beim Rayman in der Rappelkiste. Der Rayman, das ist meine Wenigkeit. Und wir haben es hergebracht. Wir haben es hergebracht. Wir können das Wolfenstein miteinander aufnehmen. Die Rede ist von Wolfenstein 2, den New Colossus. Ich habe euch das letzte Mal schon mal angetönt. Funktioniert nicht so richtig. Ich komme mir nicht so recht nah, wie ich es technisch lösen muss. Jetzt hat es eine Lösung gegeben, die selbst ich verstanden habe. Und dann freut es mich so ordentlich, dass wir uns heute am Regime miteinander rechen können. Wolfenstein 2, den New Colossus. Die, die es noch nicht kennen. Also das Wolfenstein ist ja eine mehrteilige Reihe, kann man sagen. Ist übrigens mein allererster Online-Baller-Game gewesen. Also die, die es Battlefieldchen verfolgt hat, habe ich es auch schon erzählt. Returned Castle Wolfenstein damals mein erster Online-Game gewesen. Und darum hat es mir die Wolfenstein-Reihe natürlich ziemlich angetan. Ich habe es ja auch schon mal angespielt. Ich habe ja auch schon gemeint, ich könne es aufnehmen. Schon mal ein bisschen dran gewesen am Spielen, aber es ist dann leider nicht gegangen. Aber natürlich machen wir miteinander ein neues Spiel. Sie sehen, ich bin also noch nicht allzu weit gekommen. Bisher 55 Minuten gespielt. Umfänge bei 1%. Ich habe mehr Zeit auf Grafikeinstellungen gebraucht. Aber das ist schon das Nächste, was wir vielleicht noch miteinander diskutieren sollten. Welches Schwierigkeitsgrad spielen wir überhaupt? Darf ich spielen, Papi? Tut mir nicht weh, Lassino kommt alles oder nichts. Nämlich Terrabeli. Der leibhaftige Tod. Und mein Leben können wir noch nicht mal auswählen, für das wir wahrscheinlich alles mal durchgespielt haben. Respektiv, da muss dann wahrscheinlich schon ziemlich bereit sein. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen mal so ein bisschen... Die goldene Mitte gibt es im Moment nicht. Aber äh, mit Lassino kommen sind wir wahrscheinlich schon gut bedient. Ich bin auch schon 1-2 Mal draufgegangen, ohne aufzunehmen. Ja, mittlerer Schwierigkeitsgrad für erfahrene Spieler. Gut, um was geht es eigentlich? Wir sind die Person da auf der rechten Seite. Also wir sind der BJ Bleskowitz. Ähm, ja und es geht eigentlich so ein bisschen darum, Wir wissen, was ich erzähle gar nicht so viel. Wir haben recht viele... ...Informationen. Am Anfang. Ha, 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 ha! Noch am Leben, Sie Glückspilze! Sie sind echt hart im Nehmen! Grundgütiger! Hey, Hündchen! Hey! Private Wyatt, guter Junge. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Kerl. Also General Totenkopf! War uns noch nie so nah wie jetzt. Schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern. Das ist der, oder? Das ist Totenkopf! Helfen Sie bei der Entscheidung. Alles, was Sie tun müssen, ist denjenigen anzusehen, den ich sezieren soll. Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Aber wahre Grausamkeit bis jetzt noch nicht. Auf Wiedersehen. Wir kommen hier raus, verdammt nochmal! Wenn das so ist, muss er in die Nervenklinik. Und ich sehe jemanden. Sie heißt Anja. Kümmert sich gut um mich. 1960. Die USA kapitulierten vor zwölf Jahren, nachdem das Regime Atombomben eingesetzt hat. In einem Zug nach Berlin. Ich bin Oberstleutnant Engel. Sehr schöne und vollkommene Züge. Die Widerstandskämpfer, wo sind Sie? E.J. Blazkowitsch. Carolina, Sie leben. Wenn man Ihnen Sackscheißen Leben nennen kann. Sie glauben, der Krieg ist vorbei. Dass wir schwach sind. Geschlagen. Nicht den Mut haben, gegen Sie zu kämpfen. Und wie immer, irren Sie sich. Zedroth. Laut offiziellem Register wurde er festgenannt und in das Lager Sello gebracht. Sie sind Zedroth? Ich bin mir nicht sicher. Was wissen Sie über Zedroth? Sie sind ein deutlicher Schutt. Die Quelle der Regimentechnologie. Ich werde Sie retten. Ich hoffe, du findest ihn. Ach, du suchst meinen Freund. Mein Name ist Pompate William J. Blazkowitsch. Pass auf da draußen. Niemand verlierst mich. Max, halt. Ich mag dich auch, Max. Max mag keine Gewalt und er will nicht, dass jemand verletzt wird. Die Darty Shoot sind eine uralte mystische Gruppierung. Wir erfinden Dinge. Die Technologie der Darty Shoot ist allem, was Sie jemals gesehen haben, wie viele Jahre durch die Töte aus. Willkommen zurück in Berlin, Blazkowitsch. Ihre alte Freundin, Frau Engel, befehle ich den Angriff. Totenkopf muss sich für ihre Taten im Lager befördert haben. Hey, Captain! Sie haben die Hammerfaust entführt. Das größte U-Boot in der gottverdammten Flotte des Regimes. Da hängen so schnell es geht in die Basis ein. Wegen Sie Totenkopf vom Erdbogen. Totenkopf hätte den man schon längst töten sollen. Ich erledige sie im Stehen. Captain, wir sind auf Position. Atomkanone geladen. Kann ich feuern? Oh. Feuer frei. Das mal hauptsächlich Informationen zum Vorgang, der New Order. Aber natürlich haben sie es nicht geopfert. William! Blazkowitsch! Findet ihn! Blazkowitsch! Dein Vater kommt heute nicht heim. Er musste nach Dallas. Oh mein Junge. Er hat dir so viel getan. Oh dich aus. Werde gesund. Es gibt Suppe. Und Haferbrei. Was möchtest du? Hör zu Captain! Treffen Sie eine Wahl für mich! Und auch mit dieser Szene werden wir kurz wieder im Vorgang reingerührt. Ähm. Dort sind wir vom Totenkopf festgenommen worden. und haben uns leider Gottes für einen entscheiden müssen. Er musste sterben, die uns vorher schon begleitet haben. So einerseits. Fergus. Oder den ich auswählen soll. Oder den Wyatt. Ich muss... Fergus. Äpfel mich schon immer. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass Fergus uns mehr bringen wird. Im Widerstand. Halt sie drin! Leg die Hände drauf! Das ist nicht gut! Der muss in den Hubschrauber! Sachte, sachte! Eins, zwei! Hoch! Mein Segen. Vollbracht zu haben, wofür ich auf diese Welt gekommen bin. Gib von Freunden dich. Was keine Ahnung. Es ist so zu leiden wie ich. Ja, Madam. Hilfe, er verblutet! Schneller! Magnus! Und eine große Hitze überkommt mich. Handtuch! Ich glaube der Himmel brennt. Bitte stirb nicht! Caroline, er stirbt! Er läuft blau an! Wieder klopft der Sensenmann an. Ruft nach mir. Tritt ein, alter Freund. Tut mir leid, die Warterei. Gesegnet seist du unser Gott. Der du bist im Himmel. Ich will dir was zeigen, Billy. Mein Vater sagte, wenn ich einen Sohn hätte, sollte ich ihm das geben. Das ist ein Verlobungsring. Der ist seit acht Generationen im Familienbesitz. Kannst du dir das vorstellen? Ein wahres Erbstück. Wenn du eine besondere Person triffst, steck ihn ihr an den Finger. Er ist eine Menge wert. Scheiße! Scheiße! Ausbestimmt jemand überrascht gerade. Sag deinem Vater nichts von dem Ring. Er nimmt ihn sonst weg. Er weiß nichts davon. Du weißt, wie er ist. Sophia! Ja! Mama! Bin ich freigesprochen? Weichartig und brav? Darf ich die Schönheit des Himmels spüren? Hast du keine Kaffe? Wie es ist, sonst schon leider bin ich. Oh nein! Mama! Ich komme in die Hölle. Sieh! Ziehen Sie, Bombarde! Ich muss ihm die Eingeweide rausschneiden. Retten Sie ihn, Seth, bitte! Bleiben Sie bei uns, Blazkowitsch! Kämpfen Sie! Dann verspreche ich Ihnen! Ich verspreche Ihnen, dass alles gut wird. Kinder, Kinder! Wir brauchen einen Blutspender! Schnell! Gut zuhört! Sie! Sie und Sie auch! Bring Sie die Leute zur Tantikstation für Heilung! Ja, oder! Ja! Ja! Ich brauche Licht! Bleib da. Still jetzt. Er kommt. Sophia, ist er da drin? Nein. Sophia, geh mir aus dem Weg. Er hat das nicht verdient und das weißt du. Red kein Scheiß. Ich hab ihn mit ihr gesehen. Er ist jung. Er mag sie. Er weiß es doch nicht besser. Er weiß genau, dass er sich nicht mit dieser kleinen Näglerin abzugeben hat. Du tust meinem Sohn nicht weh. Nicht mehr. Du hast keine Ahnung, wie es ist so zu leiden wie ich. Oh, Sophia. Jeden Tag reiß ich mir bis zum abwinkenden Arsch auf und werde nach Strich und Faden beschissen. Verniedrige mich, damit es weitergeht. Ich hab die beiden zusammen gesehen. Sophia haben unter der Waffel miteinander rumgemacht. Ich verbiete es! Ich hab zu hart gearbeitet, um meinen Hof zu verlieren, nur weil mein Sohn mit einer Negerin anbändelt. Rip. Wir können so nicht weitermachen. Ich koche. Putze. Kümmere mich um den Stall und das Feld. Nicht nur du mühst dich ab. Du hättest das Geschäft schließen sollen, wie mein Vater gesagt hat. Wir sind mit allem im Verzug. Du hast das ganze Geld meines Vaters verloren. Du spielst mit dem Feuer, Sophia. Was soll das? So, dass ich nicht mit mir reden. Und du hast dich verändert. Der Mann, den ich geheiratet habe, hätte seine Familie nie hungern lassen, so wahr ich hier stehe. Du wirst meinem Sohn nicht wehtun. Halt dein Maul! Oder ich stopf's dir! Was ist nur in dich gefahren? Du glaubst Antworten auf alles zu haben, oder? Du gottverdammte Klugscheißerin. Ich dachte, dein Vater würde uns nützen. Aber du bist nichts weiter als Ballast und steckst andauernd deine Nase in meine Angelegenheiten. Wenn du den Jungen nicht erziehen kannst, übernehme ich das. Verspinde! Wir müssen uns so gut es geht werden, aber leider wird er doch stärker sein. Du bist so verdammt schwach. Die Haken auf dir rum, die Topf recht. Lass dich Dreck fressen. Und hast du Schulter gegen? Du kannst dein Leben nicht retten. Aber ich zeige dir, wie man es sehen kann. Schuss, 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 schuss. Ich atme, Blazkowitsch. Kommen sie wieder zu Kräften. Es bewegt sich etwas. Das Blatt beginnt sich zu wenden. Der Wiesenaukreis wird stärker. Ich brauche sie an meiner Seite. Wenn wir zuschlagen. Und, willst du die dritte? Bessie, Huppie, Huppie. Ja, armes Mädchen. Ja, Bessie, so ein braves Mädchen. Du gehst nirgendwo in den Winsel, so viel du willst. Das Leben besteht aus schwierigen Entscheidungen. Und manchmal muss man die Tiere bestrafen. Töten oder getötet werden. Die Alten und Schwachen sind verdammt. Alle Arten von Abfall, Krankheit, Schmutz und Ungeziefer wollen uns wegnehmen, was wir verdient haben. Wir müssen die Schergen begradigen. Es liegt an dir. Finger an den Abzug. Genauso. Wenn ich die Waffe weiter rechts rüber erkenne, würde ich die Eier wegschissen. Geht leider nicht, aber ich würde nach wie vor nicht auf den Hunden schissen. Ich schisse nicht. So schwach wie deine Mutter. Aber denk dran, mein Junge. Am Ende von alles gut. Wach auf. Im Jetzt. Wer ist das? Bin er sich? Bin er sich? Die Alten und Schwachen sind verdammt. Ich mach dich klar! Ja, das ist ein Pistur. Das sind wir, Leute. Der BJ Blazkowicz. Gefangen in einem Rollstuhl. Trotzdem werfen wir alles am Regime entgegen. Also, wir sind vielleicht nochmal schnell eine Zusammenfassung für die, die eventuell die ersten paar Teile von Wolfenstein nicht so kennen. Wir sind der BJ Blazkowicz. Und ihr habt gehört, das Regime, also das Germania-Regime, hat Amerika knitzwingen mit einem atomaren Angriff. Und dank eigentlich auch uns gibt es immerhin noch Widerstandskämpfer. Und die werden angeführt von der Caroline. Und ja, zu einem Teil auch uns. Also wir müssen sowieso ein bisschen die rechte Antworten. Und jetzt hat es uns aber doch da recht mitgenommen. Beim letzten von uns fast denkt vernichtenden Schlag. Und ja, jetzt sind wir da, was wir auch noch gesehen haben. Warum, dass der Blazkowicz so wurde ist. Ja, wie er ist. In Kindheit gibt es wahrscheinlich schöneres. Ähm, den Hund über den Haufen schiessen, bringen wir einfach nicht über das Herzen. Wenn sie jetzt so böse Schäferhundshunde oder so elektrische Winde da, die das Regime noch herzabern wird vermutlich, dann geht es schon eher. Aber unser eigener Hund, das ist einfach, äh, ja, man kann es nicht anders sagen, der Vater ist, Vater ist auch ein Sauhund gewesen, ja. Wenn ich es hätte können, hätte ich ihm die einen wegschossen. Aber es ist leider, leider hat es nicht geklappt. Auf die anderen Seite, aber auch, die Liebe, die er von der Mutter rüberkommt, respektive jetzt da von den Widerstandskämpfern, ich denke, das macht irgendwie so, zu dem, wo er ist. Und jetzt möchte ich gar nicht mehr gross weiterreden, weil jetzt müssen wir da unserem nächsten Kollegen helfen. Noch schnell schauen, ob da noch irgendetwas rum ist. Eben die erste, die erste Runde da in dem U-Boat, die wir übrigens auch entführt haben, die Hammerfaust, die habe ich auch schon gespielt. Ähm, dann kann ich vielleicht auch ab und zu antizipieren, wo das Gegner haben könnte, aber das hilft ja am Widerstand. Let's go! Das ist der falsche Moment zum Fragen, aber wenn man den Rollstuhl nur auf einer Seite bewegt, dann müssen wir ihn nicht im Kreis fahren. Also, let's go! Fetzen wir jetzt das Regime wieder zurück, wo sie herkamen sind. Das U-Boat gehört jetzt uns. Ihr kriegt es nicht zurück, Wichser! Ja, das U-Boat ist definitiv uns, das haben wir uns krallt, im vorherigen Teil. Habe ich allerdings noch nicht aufgenommen, ich bin ja gar nicht am Aufnehmen gewesen. Ähm, und jetzt müssen wir das U-Boat erneut verteidigen. Vielleicht noch schnell eine kleine Übersicht, unten in der Mitte sehen wir auf der linken Seite, oh, gerade noch die Konzeptart. Aha, haben wir gerade noch gefunden. Das ist also sein, sein Schlafzimmer gewesen, wo es mal ursprünglich hatte, eigentlich war es. Ist aber krass, was die für eine Fantasie haben. Ähm, unten in der Mitte, auf der linken Seite, seht ihr unsere Lebenseinheit. Also, wir haben 50 Health Points, Lebenspunkte. Und auf der rechten Seite haben wir die Rüstung. Wir haben also 20 Rüstung im Moment. Ich glaube, wir haben schon irgendwo einen Helm aufgenommen, von so einem Regimescherge. Anders wüsste ich jetzt nicht gerade, was bei ihm sonst noch so alles geschützt ist im Moment. Und, ja, Kimun müssen wir immer mitnehmen, das Leben sowieso. Und jetzt, im Moment, in der körperlichen Verfassung, sind wir ja noch nicht für 100 Health Points. Weil wir sehen, wir sind im Rollstuhl, wir sind, fünf Monate sind wir out gewesen. Also da, ähm, kommen wir natürlich noch nicht jeweils wieder auf 100 U-Level und alles ist gut. Daher gehen da die Health Points, Lebenspunkte links, die ziehen jetzt langsam auf 50 Punkte runter. Ich habe mir gedacht, die erste, die erste Folge mache ich ein bisschen länger. Nicht, dass ihr nur Prologen habt und irgendwie, seht ihr noch nichts vom, vom Game. Aber, jetzt würde ich sagen, rechen wir langsam noch das Mund ein, immer ein bisschen mitnehmen. Jetzt, schauen wir mal, was da heute will. Oh, da kommen jetzt schon die nächsten. Anja, unsere Frau, Angebetete, ich soll noch ein bisschen durchheben. Was haben wir da ein schönes? Ah, noch mehr Rüstung. Zu hellen, gehen aber auch immer viel für Rüstung. Natürlich können wir nicht steigen drauf, also gut, wir müssen den Lift nehmen. Und, auf jeden Fall. Jetzt weiss ich schon per Zufall, was da, ich schaue falsch. Ich hätte auf die Seite müssen schauen, ja, also gut. Ähm, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, ähm, das Game ist übrigens erst ab 18 Uhr, also wenn ihr mit den Kindern mal schauen seid, dann, äh, wäre spätestens jetzt der Zeitpunkt, um vielleicht mal ein anderes Game einschauen. Es hat so auch noch, wie wir Bildspiel. bewegen Sie sich erst, wenn ich sage, dass es in Aufnung ist. Also, lassen Sie nicht mal einen fahren. Wir dürfen nicht mal einen vor, ja. da sehen wir jetzt auch den Grund, warum das die anderen von hier wirklich, man kann es nicht anders sagen, verspritzten. Das ist nämlich unser Kollege Seth. Wenn es James Bond wäre, würde ich sagen, es ist die Q, aber, ja. Schnell, 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 na also, eins, zwei, drei, machst gut, du Stück Dreck. Nun, Herr Blazkowitsch, schön, dass Sie wach sind. Weniger, schön, dass Sie hier herumlaufen. Zuletzt hat sie mit Caroline den Turmplattformaufzug bewacht. Zeigen Sie mir den Weltteil, Junge. Wissen Sie, wie lange Sie im Bett waren? Fünf Monate. Ihr Körper ist im Eimer. Verstehen Sie? Kaum muss das sagen, ja. Wenn Ihre Nieren sind hin, Sie, 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 Sie haben vielleicht Probleme beim Wasserlassen und bei so manch anderen Dingen. Halt dafür, was sagen Sie mir? Frau Engel, Sie ist hinter Ihnen her. Sie hat alles in Bewegung gesetzt und heute hat sie sie gefunden. Sie haben das U-Boot geentert. Viele sind verletzt oder tot. Ich wurde von den anderen getrennt. Ich muss gehen. Nein, hören Sie auf, ich habe Nein gesagt. Zeigen Sie mir den Weg zum Tromplattformaufzug. Sie sind ein solcher Ochse, ein sturer Ochse. Da hat er recht. Na gut. Also, bis zum Tromplattformaufzug gibt es eine Menge Soldaten. Aber ich habe Fallen aufgestellt, die ich noch nicht aktivieren konnte. Schauen Sie hier eine Karte. Sie zeigt denen, wo die Fallen sind. Er ränt wie der Otto da hinten. Setteln Sie sie gegen diese Schweine ein. Okay, okay, vorsichtig. Lassen Sie sich nicht umbringen, wenn es geht. Los geht's. Lassen Sie sich nicht umbringen, wenn es geht. Danke vielmal für diesen Tipp. Ähm, wir sind also wirklich ein härter Kämpfer. Das sehen Sie, sogar im Rollstuhl fürchten wir noch ein Regime. Ähm, lernen wir das Regime noch zu fürchten, lernen. Ich kriege den Satz nicht her, ist ja egal. Aber da wäre eigentlich auch die erste Folge schon wieder rum. Ich hoffe, es hat auch Spass gemacht. Es kommen noch, doch noch einige übelere Szenen. Also wenn ihr wirklich mit jemandem schaut, der nur nicht 18 ist, und denkt, ja, mal passt schon, dann lernt das gescheit dir. Ähm, ja, bis daher wären wir schon mal gekommen, ohne zuerst mal zu sterben. Das ist schon mal gut. Es ist auch noch nicht allzu viel abgegangen, das gebe ich zu. Ähm, aber es wäre cool, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei werdet. Von daher her, danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben sauber, macht keine Scheisse und... Tschau zwei. Bis zum nächsten Mal.